Die Schlacht neigte sich dem Ende zu. Unter dem orbitalen Beschuss von 1500 Dreadnoughts im Belagerungsmodus war die Raumverteidigung des Planeten zu Staub zerfallen, sodass die Rauminfanteristen landen konnten. Ein paar hundert Schlachtschiffe gaben den schweren Belagerungsschiffen Deckung, während die schnelleren Angriffs- und Strategiekreuzer zusammen mit den Abfangjägern fröhlich durch Sternensystem sausten, um den Überbleibseln der feindlichen Armada den Rest zu geben. Alle anderen Verbündeten waren bereits dabei, sich Trophäen zu sichern. Diesmal gab es wertvolle Beute im Überfluss. Fragmente zerstörter Schiffe flogen durch das All, so weit das Auge reichte. Ich nahm die Kopfhörer ab und schob den Stuhl vom Computertisch weg. Von der ungeheuren Weltraumschlacht zitterten mir noch immer die Hände. Auf beiden Seiten hatten etliche tausend Spieler mitgemischt. Ich griff zur Bierdose, um einen Schluck zu trinken. Mist, schon leer. Wann hatte ich nur die Zeit gefunden, einen halben Liter Bier hinunterzuschütten? Mühsam erhob ich mich und schlurfte zum Kühlschrank in der Küche. Von meiner Lieblingssorte, einem ungefilterten lokalen Bier, war leider nichts mehr da. Mir blieb nur noch eine Flasche dunkles tschechisches Bier, der ein paar ehemalige Studienkollegen vor zwei Wochen im Gemüsefach gelassen hatten. Fast so wie früher, als mein Freund Pavel oft eine ganze Kiste mitgebracht hatte, die wir niemals schafften. Dieses Bier war zwar nicht mein Favorit, aber immer noch besser als viele andere Sorten. Wie so oft lag der Öffner nicht in der Kiste, in der ich ihn eigentlich aufbewahrte, sodass ich den Kronkork mit einer Gabel abhebeln musste, bevor ich endlich den ersten schaumigen Schluck nehmen konnte. Das Bier war so kalt, dass es an den Zähnen wehtat. Himmlisch. Ich ging ans Fenster. An der Vorhangstange baumelten noch ein paar Lämpchen von der Silvesterparty. Euer lag schon drei Wochen zurück. Ich hätte die Deko schon längst abnehmen sahen. Trotzdem hatte ich auch jetzt keine Lust, mir einen Hocker zu holen und auf die Fensterbank zu klettern. Ich sah hinunter auf die Straße. Der Winter hatte mit all seiner Düsternis Einzug gehalten. Kalter Wind pifft durch die Straße. Es war kurz nach sechs Uhr früh, und am kalten, schwarzen Himmel war der Sonnenaufgang noch nicht einmal zu erahnen. Ich starrte in den eisigen Dunst vor meinem Fenster und unterdrückte ein Gähnen. In der Nacht hatte mich um halb vier der Wecker aus dem Schlaf gerissen. Dann hatte ich eine Stunde lang verschlafene Soldaten für die gestern angekündigte Mobilmachen zusammengetrommelt und unsere Angriffsflotte durch zwei Sternensysteme hindurch heimlich an die Stelle geführt, an der die große Schlacht stattfinden sollte. Das unerwartete Eintreffen unserer Schiffe stürzte die Reihen unseres zahlenmäßig überlegenen Feindes ins Chaos. Wir griffen sofort an, obwohl die anderen zwölfmal mehr Leute hatten als wir. Das Überraschungsmoment war auf unserer Seite. Zudem hatten wir uns eine Kampfformation überlegt, mit der wir gezielt die als besonders fähig bekannten feindlichen Kommandanten angingen. Unser Plan lief wie am Schnürchen. Die Befehlshaber des Gegners wurden zum Respawn in Lazarette geschickt, sodass sie eine Zeit lang nicht ins Spiel eingreifen konnten, sondern sich auf sinnlose Flüche im Chat beschränken mussten oder höchstens versuchen konnten, ihre Truppen mühsam per Video über verbündete Streamer zu dirigieren. Auf spontane Entwicklungen konnten sie jedenfalls nicht mehr unmittelbar reagieren. Somit kurfte die feindliche Armada ohne kompetente Führung hilflos durch den Weltraum, was wir natürlich ausnutzten und unsere unbeholfenen Opfer erbarmungslos. Wenn es dem Feind doch einmal gelang, einen besiegten Flottenkommandanten zu ersetzen und ein wenig Ordnung in die Abwehr zu bringen, waren wir ihm bereits drei zu eins überlegen. Und unter diesen Umständen ließ sich gegen meine gut ausgebildeten Elitesoldaten nichts ausrichten. Im Anschluss waren mehrere lange Feuergefechte und Verfolgungsjagden erfolgt. Kurz gesagt, jede Menge Spaß, bis die blutige Schlacht schließlich mit unserem bedingungslosen Sieg geendet hatte. Zitternd verkehrte, drehte ich die Heizung in meiner Wohnung höher und ging zurück an den Computer. Unsere Allianz hatte die feindliche Raumstation übernommen. Riesige Transportschiffe beförderten alles herbei, was Militär und Industrie für unser neues Heim brauchen würden. Die Wracks der feindlichen Schiffe hatten unsere Leute schon geplündert. Jetzt wollten sie sich mit den Reservekampfschiffen von der Zwischenstation befassen. In den Gamechats herrschte uneingeschränkte Feierstimmung. Dutzende von ungelesenen Privatnachrichten und Chateinladungen erschienen auf meinem Bildschirm. Ich lehnte alle ab, denn ich war viel zu müde und hatte außerdem keine Lust, mich irgendwem zu erklären. Ich überflog lediglich die erste Zeile jeder Nachricht. Manche bedankten sich bei mir für die gute Arbeit. Andere erkundigten sich, wann sie ihre Entschädigung für verlorene Schiffe bekommen würden. Verbündete gratulierten mir zum Sieg und erinnerten mich vorsichtig an mein Versprechen, ihnen die Hälfte des erbeuteten Territoriums abzugeben. Feinde drohten mit Rache und kündigten an, sich die verlorene Station zurückzuholen. Manche von ihnen wollten mich sogar mit der lächerlichen Drohung einschüchtern, sie würden über meine IP-Adresse meinen Wohnort ausfindig machen und mir sämtliche Gliedmaßen brechen. Aber das war eher die Ausnahme. Einige der Gegner brachten in gebrochenem Russisch oder Englisch sogar ihre Bewunderung für die Operation zum Ausdruck. Im Grunde war also alles wie immer. Als ich gerade alle ungelesenen Nachrichten löschen wollte, ohne sie mir näher anzusehen, blieb ich an einer Nachricht hängen. Sie kam von einem mir unbekannten Spieler mit dem Namen Space General 123. Zu meiner großen Überraschung schrieb er in perfektem Russisch. »Starke Leistung. Glückwunsch. Ich habe den Sprachchat mitgehört und die ganze Schlacht von Anfang bis Ende von der Seitenlinie verfolgt. Eine äußerst präzise Operation. Besonders die vorgetäuschte Panik, die ihr ausgelöst habt, hat mir gut gefallen. Sehr glaubwürdig. Die feindlichen Spione sind sicher darauf reingefallen. Aber genug der leeren Worte, kommen wir zur Sache. Ich habe ein Angebot, das dich interessieren könnte. Es geht um einen Job, für den du wie gemacht bist. Eine große Allianz braucht einen erfahrenen Flottenkommandanten. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in echtem Geld, nicht in virtuellen Bals. Lass mich wissen, ob du Interesse hast. Meine Finger verharrten reglos auf der Maustaste, als ich wie versteinert da saß, ohne die Nachricht zu löschen. Eine große militärische Allianz? Und nach dazu eine russischsprachige oder zumindest eine mit vielen russischen? Ich dachte gründlich darüber nach. Eigentlich kannte ich alle mehr oder weniger ernstzunehmenden Allianzen im Spiel. Darunter gab es eine ganze Reihe von russischen. Genau genommen handelte es sich eher um Allianzen aus dem gesamten slawischen Raum, darunter auch die, der ich angehörte. Drei davon waren wirklich mächtig, aber keine von ihnen brauchte aktuell einen Flottenkommandanten. Zwar kusierte das Gerücht, dass der ständige Anführer und Kommandant einer der Top-Allianzen bald auf Computerspiele verzichten würde, weil er heiraten wollte oder so etwas, aber ich hatte erst gestern mit ihm geredet. Und angesichts der großen Pläne, von denen er berichtet hatte, konnte ich mir kaum vorstellen, dass er kurz davor war, sich von seinem Lieblings-Online-Game zu verabschieden. Außerdem schrieb dieser komische Typ, äh, wie ist er nochmal, Space General 123, er hätte unseren privaten Chat mitgehört. Ich sah mir die Angaben zu diesem mysteriösen Charakter an, doch er war erst vor drei Stunden erstellt worden. Somit handelte es sich um einen Alternativcharakter eines anderen, weitaus erfahreneren Spielers, der seine Identität nicht preisgeben wollte. Trotzdem hatte er unseren Kanal mitgehört. Also gehörte er entweder zu unserer Allianz oder hatte unser geheimes Passwort herausgefunden. Ersteres würde bedeuten, dass einer meiner sorgfältig ausgewählten Leute für die Konkurrenz arbeitete. Im zweiten Fall gab einer unserer Piloten streng vertrauliche Informationen an Fremde weiter. Schwer zu sagen, was schlimmer wäre. So oder so, wir mussten den Verrätern unseren Reihen ausmerzen. Deshalb schrieb ich zurück. Das lässt sich spontan schwer beantworten. Vielleicht hätte ich Interesse. Kommt auf die Bedingungen an. Postwendend bekam ich eine Einladung zum Sprachchat. Ich setzte mir die Kopfhörer auf und nahm mir vor, genau hinzuhören, denn ich hatte ein gutes Ohr für Stimmen. Schon seit Kindertagen konnte ich minimale Änderungen der Betonung ausmachen und Täuschungsmanöver oder dreiste Lügen entlarven. Außerdem kannte ich die Stimme vieler meiner Teammitglieder und hätte sie auch dann erkannt, wenn sie sich gezielt verstellt hätten. Die Stimme dieses Typen hatte ich jedoch noch nie gehört. »Hi. Freut mich, dass du meinen Vorschlag anhören willst.« Der Stimme nachzuurteilen war er schon jenseits der 40, aber eindeutig noch kein alter Mann. »Bist du damit einverstanden, dass wir einen lockeren Ton anschlagen? Du bist ja nach jung. Da fände ich zu viel Förmlichkeit unpassend. Du kannst mich Georgi Inokontjevic nennen.« Ich gab mir alle Mühe, seinen Namen richtig auszusprechen. Aber übermüdet und angetrunken, wie ich war, brachte ich diesen Zungenbrecher auf Anhieb nicht zustande. Mein Bewunderer nahm mir das allerdings nicht übel, sondern lachte nur über meine Unbeholfenheit. »Ich weiß auch nicht, was meine Eltern sich bei diesem Namen gedacht haben. Kaum einer kriegt ihn richtig hin. Meine ausländischen Geschäftspartner versuchen es nicht einmal, sondern nennen mich einfach Mr. G.I.« Wenn du möchtest, kannst aus der Zaltung oder nennen mich George. »Görgüse«